Geht mir aus dem Weg! Shadow, ich kann dich nicht gehen lassen. Nicht so! Du! Du bist derjenige, der die Art und alle darauf umgebracht hat, es wird Zeit, das ein für alle Mal zu klären! Okay, ich weiß, was ich mache. Ich wurde geboren, um den Menschen Befehle zu erteilen. Den Menschen, die Leben nicht schätzen. Sie werden bezahlen. Mit ihrem Leben bezahlen, dafür, was sie getan haben. Sonic, wenn du versuchst, mich aufzuhalten, werde ich dich auch töten. Endlich! Ich hab alle Chaos Emeralds! Shadow, was wirst du mit ihnen machen? Ich bin Shadow, the Hitchhawk. Ich wurde erstellt, um den Menschen Befehl und Gesetz zu geben. Mit der Kraft dieser Emeralds werde ich diesen verdammten Planeten zerstören. Das ist mein wahres Ich! Nuhahaha! Nuhahaha! Hahaha!